Jo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Hälfte des CSQ Adventskalenders 2017. Heute ist ja Tag 13 und wie immer gehen auch heute wieder drei Skins raus an euch. Die Skins von heute. Ich habe wieder mal rausgesucht. Einmal eine abgesiegte, rotverhintete Kraken, dann als nächstes eine USPS Cayman und zu guter Letzt eine PP Pison Judgment of Anubis. Die Gewinner von gestern setzten wir heute wieder aus und die von vorgestern sind wieder mit dabei und dann würde ich auch gleich mal den Gewinner von der abgesiegten Schrotflinte ziehen. Backslammern 10090 Mates, du warst gestern nicht bei den Gewinnern dabei, somit gehört die abgesiegte Schrotflinte schon mal dir. Dann die USPS Cayman, die geht heute raus an Blockbox der LP. Du hast gestern ebenfalls nicht bei den Gewinnern dabei, somit Glückwunsch auch an dich. Und zu guter Letzt dann noch die PP Pison Judgment of Anubis. Geht an Fabian Jansen. Der Boy war gestern auch nicht unter den Gewinnern dabei, somit auch ebenfalls Glückwunsch an dich. Und falls ihr jemand neuer auf meinen Adventskalender bzw. auf meinen Kanal gestoßen ist und sich jetzt fragt, wie man hier teilnehmen kann, am ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zum Teilnehmervideo. Dort erkläre ich, was es zu gewinnen gibt und wie ihr daran teilnehmen könnt. By the way, am 24. Dezember gibt es dann als Hauptpreis ja ein Knife, wie ihr hier sehen könnt, ein Garteneye Freehand in Factory New. Und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit Skins reinzuoffern und den CSGO Adventskalender größer zu machen, um ihn einfach den Pod zu vergrößern. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Dann über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und dann sage ich auch gleich Ciao und bis morgen. Euer Alex.